Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut in diesen Dienstagmorgen reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 22.000 US-Dollar. Meine Short-Position ist ausgestoppt worden, aber wir haben gestern noch den ersten Take-Profit bei ungefähr 22.700, haben wir auf jeden Fall erreicht. Deswegen Glückwunsch an alle, die den Trade mitgenommen haben, leichte Profite, sag ich mal, bekommen haben. Trade aber mittlerweile ausgestoppt, danach dann eben, wie gesagt, Stop-Loss-Entry. Die Suche jetzt nach neuen Einstiegen, möglicherweise sogar Long. Wieso, weshalb, warum, schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an. Bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Und noch ein kleiner Reminder, ich habe es gestern schon in die Telegram-Gruppe reingepostet, zwecks BitGet. Ich habe das Video runtergenommen, also die Börsenvorstellung von BitGet, da gab es einige Unstimmigkeiten. Meines Erachtens nach, der CoinMarketCap-Rutsch, MarketPeak als Partner wurde bekannt gegeben, was ich sowieso ein bisschen suspekt finde. Dann diese krassen Bonuszahlungen, was ich auch schon gehört habe, dass plötzlich Bonuszahlungen wiederum eingestellt wurden und so. Habe ich aber nur so ein bisschen rumgehört. Deswegen habe ich beschlossen, das Video einfach von YouTube runterzunehmen, es nicht mehr zu bewerben, auch den Link unten rauszunehmen auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, soll jetzt nicht euch irgendwie beeinflussen. Ist immer noch eine gute Börse, aber ich möchte sowas einfach nicht mehr bewerben bzw. irgendwie unter meinen Videos stehen haben. Deswegen nur eine kleine Info für euch. Und ansonsten, wie gesagt, starten wir jetzt auf jeden Fall durch. Momentan, wie gesagt, 22.100 US-Dollar. Wir hatten ja gestern einen schönen pumpigen Montag, sage ich jetzt mal. Also wir hatten schöne Pumps gesehen mit ordentlich Volumen. Sind sogar heute Nacht dann nochmal oder heute Morgen schon fast eher in Richtung knapp 23.000 US-Dollar gekommen. Sind in diese grüne Box reingekommen, wurden aber hier hart rejected. Sieht man auch an diesem krassen Volumen, was hier reingegangen ist. Also sehr, sehr hohes Abverkaufsvolumen. Weshalb ich eher davon ausgehe, wir werden uns dieses Hoch auf jeden Fall nochmal holen. Hier liegt die Liquidität, hier liegen auf jeden Fall die Stop Losses. Das sieht man eindeutig an diesem krassen Volumen. Deswegen ein Peak bis zum R2 Weekly bei 23.200 US-Dollar ist eine Möglichkeit. Und dann bitte das Szenario, was wir schon die letzten Tage darüber gesprochen haben. Und hier liegt nicht nur der Weekly R2, sondern wir können jetzt auch noch in den Manfleet-Piwitt reingucken. Hier liegt nämlich auch noch der Manfleet-Piwitt bei ungefähr 23.100 US-Dollar. Das heißt, wir könnten uns diesen Bereich noch holen mit so einem letzten Week. Vielleicht eine Konsolidierung da oben, um jeden zu denken, okay, wir werden jetzt bullish. Noch mal ein paar Longs reinkriegen in den Markt und dann mit einer Trendwende nach unten. Das ist einfach momentan meines Erachtens immer noch das wahrscheinlichste Szenario, was wir sehen könnten. Wir hatten gestern, glaube ich, einen Tagesschlusskurs über der 21.600 US-Dollar-Marke. Müsste gewesen sein. Ja, genau. Also wir hatten auf jeden Fall einen hohen Tagesschlusskurs, was im Endeffekt wichtig war. Wir gehen mal ganz kurz auf den Daily-Chart. Ich hoffe, man sieht es. Ich mache das mal ganz kurz hier weg. Da sehen wir, wo wir im Endeffekt den Close hatten. Ein bisschen weiter unten, aber trotzdem eigentlich ein bullischer Tagesclose, weil wir eben unsere grüne Box, wie gesagt, vorher immer wieder Widerstand hatten. Wir sind den Tag zuvor drüber gebrochen. Heute müssten wir, sage ich mal, vielleicht nochmal einen Daily-Close so ab 22.000 US-Dollar haben und dann sieht das Ganze auf jeden Fall bullischer aus. Aber wie gesagt, die 23.100 US-Dollar, das ist die Zone, die wir für den heutigen Tag auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Ich werde hier wahrscheinlich wirklich nochmal einen kleinen Short probieren in dieser Region mit einem Stop-Loss 23.700 US-Dollar. Vom Risk-Care sieht man ja, hier sind ungefähr 4 Prozent, finde ich, ist noch im Rahmen beim Dreierhebel. Und dann werden wir mal schauen, entweder wir ballern hier halt komplett durch nach oben 27k, weil wie gesagt, wir haben hier die Ineffizienz. Wir sprechen seit Wochen darüber, dass sobald wir hier wirklich nachhaltig diese 23.200, 23.300 US-Dollar wirklich nachhaltig durchbrechen, können wir innerhalb kürzester Zeit auf 26.000, 27.000 US-Dollar ballern. Also es ist ohne Probleme möglich. Ich persönlich finde es trotzdem noch immer noch ein bisschen zu früh aufgrund des RSI etc. pp. wäre es einfach meines Erachtens sinnvoller, nochmal diesen Wickets in Richtung 23.100 US-Dollar zu bekommen und dann nochmal eine kleine Kehrtumwende bzw. Korrektur in Richtung des Bereichs vielleicht 20.000 US-Dollar hinzulegen. Wir haben einen 200er SMA hier in diesem Bereich, der jetzt sich hier langsam doch wieder ins Bullische wendet, nachdem es immer nur bergab ging. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Bottom. Im Endeffekt beim 200er SMA wäre es schon ganz gut, wenn wir dann hier einfach nochmal so einen kleinen Bounce sehen und dann vielleicht die 27k antesten. Ja, soviel dazu. Wir können nochmal ganz kurz in den 15-Minuten-Chart reingucken, damit ihr wisst, was ich meine mit dieser Volumen-Candle. Sieht man hier wirklich stark, also im 15-Minuten-Chart sieht man diesen krassen Volumen-Peak, den wir hier hatten. Wir haben kein höheres Hoch danach mit der nächsten 15-Minuten-Candle geschafft. Heißt, wir haben hier drüber auf jeden Fall noch die ganzen Stop-Losses, die hier liegen von den ganzen Short-Positionen, weshalb es wirklich sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass wir uns dieses Hoch auf jeden Fall noch greifen. Hoffentlich dann mit deutlich weniger Volumen, ein bisschen Konsolidierung und dann mit einer Korrektur. Und dann wären auch die Shorts auf jeden Fall sinnvoll. So, dann schauen wir uns mal Ethereum an, weil Ethereum macht sowieso momentan, was es will. Nochmal ein höheres Hochgebild bei ungefähr 1.600 US-Dollar. Wir haben gestern drüber gesprochen, 40% plus seit dem Wochenende im Endeffekt oder seit 13. Juli hier in diesem Bereich. Und jetzt sind wir schon bei knapp 60% gewesen. Mittlerweile pendeln wir uns bei 50% ein. Haben jetzt wirklich hier fast jede Ineffizienz rausgenommen, nachdem wir dieses Hoch rausgenommen hatten. Nachdem wir gestern noch ein bisschen hier in dieser Box konsolidiert sind. Nächster Peak ins nächste Void. Das ist jetzt auch gefüllt mittlerweile, also fast gefüllt. Wir hätten noch Luft bis ungefähr 1.660 US-Dollar. Und das wäre dann auch im Endeffekt das gleiche Szenario wie bei Bitcoin. Ein Stunden-Chart seht ihr hier, diesen krassen Volumen-Peak. Jetzt gehen wir in den 15-Minuten-Chart auch mal hier, wie es hier aussieht. Also diese Volumen-Peaks sind deutlich, deutlich höher, als was wir jetzt in den letzten Stunden immer davor hatten. Oder mit den letzten Candles hier drüben auf jeden Fall immer. Deswegen 1.634 wäre für mich so ein möglicher Short-Entry, beziehungsweise doch 1.634, 1.636 irgendwie so um den Dreh. Und dann mit einem Stop-Loss über 1.700 US-Dollar. Müssen wir dann mal gucken, wie sich das im Laufe des Tages auf jeden Fall ausspielt. Aber es deutet vieles darauf hin, dass wir nochmal so einen letzten Peak nach oben hinkriegen. Überall bei den ganzen, ob es jetzt Altcoins sind, ob es BTC ist oder so. Und dann diese kleine Korrektur nach unten. Es wäre einfach nur sinnvoll. Und dann mit frischen Arrows, mit neuem Volumen etc. pp. können wir dann wirklich bei Bitcoin die 27k wirklich antesten. Die Möglichkeit bestünde auf jeden Fall. So, dann XRP. Gleiches Spiel. Wir konsolidieren hier weiterhin im Bereich der 0,36 US-Dollar-Cent. Ascending Triangle. Wir haben weiterhin diese grüne Box als deutlichen, deutlichen Widerstand über uns. Den müssen wir auf jeden Fall durchbrechen. Ansonsten ist es weiterhin eher so ein Ascending Triangle. Also wir haben hier auf jeden Fall noch Luft ein bisschen zu konsolidieren. Hier noch ein bisschen. Wäre meines Erachtens auch weiterhin wünschenswerter, als wenn wir jetzt hier einfach nach oben hin ballern. Trotzdem, Möglichkeit bestünde. Vielleicht werde ich hier auch noch eine kleine Swing-Position bei XRP auf jeden Fall aufmachen. Mit 3x. Müssen wir mal schauen. Aber trotzdem, mir gefallen diese ganzen Peaks hier unten immer noch nicht. Auch bei 0,30 Dollar haben wir ja schon das Öfteren darüber gesprochen, dass die Möglichkeit bestünde, dass wir auf jeden Fall nochmal in diesem Bereich hier nach unten hin abfallen können. So, dann habe ich euch ja in den Kommentaren gefragt, was ihr euch für Altcoins wünscht. Ein Wunsch war auf jeden Fall Lossless. Einer meiner Favorite Low Caps. Die sich relativ stabil halten. Klar, wir haben immer diese Pumps und Dumps. Aber wir halten uns hier gut in diesem Bereich der 0,20 Dollar Cent. Ich glaube auch irgendwann werden wir uns auf jeden Fall diesen Peak noch holen. Da werde ich dann wahrscheinlich nochmal wieder Profite rausnehmen, sollten wir dann Rücksetzer kriegen, wieder neu reingehen. Aber das Ding ist auf jeden Fall ein solides Low Cap Produkt. Sage ich jetzt mal mit 10 oder 5 Millionen Market Cap mittlerweile. Fällt immer noch in der Low Cap. Sieht auch relativ stabil aus. Wie gesagt, momentan so ein bisschen Akkumulationsphase. Wenn wir jetzt hier ein bisschen strenger sind, kann man auch sagen, okay, wir bilden auch hier so eine Art Symmetrical Ascending Triangle hier in diesem Bereich. Müssen wir mal gucken, ob wir das Breakout kriegen. Deswegen trotzdem, wir halten diesen Abtrend noch, auch wenn wir hier kurzzeitig drunter waren. Abtrend hält stabil. Für mich weiterhin solides, längerfristiges Projekt auf jeden Fall, was hier noch gut abgehen kann. So, dann Uniswap war auch ein Wunsch. Auch hier Abtrend hält. Auch wenn wir hier nicht diese krassen Volumenpeaks wie bei BTC oder Ethereum sehen. Aber was wir hier sehen, abfallendes Volumen. Höhere Hochs im RSI. Plus eine Bearish Divergence, die wir jetzt auf dem 4-Stunden-Chart bereits haben. Also, man sieht es auch hier ganz gut, wir hatten hier noch viel, viel höheres Volumen in diesem Bereich. Nächstes Hoch dann schon mit deutlich weniger Volumen. Aber auch hier bestünde meines Erachtens nochmal die Möglichkeit für so einen letzten Peak. Ein bisschen Konsolidierung hier in diesem Bereich. Und dann wirklich Abfahrt und wirklich nochmal diesen Trend testen. Und dann vielleicht mit neuen Long-Positionen in den Markt reinzugehen. Es gibt momentan eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir holen uns das höhere Hoch und ballern dann wirklich durch dieses nächste Void durch. Und ballern dann wirklich auch bei BTC innerhalb kürzester Zeit Richtung, ich sage jetzt mal, mindestens 24, 25k. Best Case 27k. Oder wir holen uns das höhere Hoch und gehen dann brachial runter. Das sind die zwei Möglichkeiten. Darauf müssen wir einfach achten. Wie hoch ist das Volumen auf dem 15-Minuten-Chart? Sehen wir da irgendwelche Divergenzen auch auf den höheren Timeframes? Und da müssen wir gucken, ob wir Short gehen oder ob wir dann vielleicht doch nochmal einen Long, einen kleinen starten. Aber ich bin momentan noch ein bisschen eher short-orientiert. So, soviel dazu würde ich sagen. News gibt es momentan keine. Wenn nicht, schaut einfach gerne bei CryptoGuru heute im Laufe des Tages vorbei. Es kommt später noch eine Chart-Analyse zu IOTA und Cardano. Ansonsten Prognosen könnt ihr euch gerne reinziehen. Und die News. Mehr gibt es von meiner Seite nicht zu sagen. Wie gesagt, Bitgate runter. Ich glaube, ich habe es gut genug begründet. Wie gesagt, meine Entscheidung. Ihr könnt trotzdem da traden. Den Rest, was ich unten wirklich benutze, ist unten in der Videobeschreibung. Und soviel dazu. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder zu einem Update-Video. Ich freue mich drauf. Bis dahin, lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, aktiviert die Glocke. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.